Hallo und willkommen am Gitter Place. Ich bin Daniel und wir sind heute in unserer kleinen aber feinen Werkstatt. Pünktlich zum Jahresabschluss haben wir noch mal eine super schöne Gipsenlieferung bekommen. Unter anderem diese wunderbare Gipsenless Paul 60s Anniversary 59 in Green Lemon Fade BOS Lackierung. Wir packen das gute Stück jetzt mal aus und schauen wie das aussieht. Wir müssen den Auffang ein bisschen fahren. Geiles Top. Also wirklich. Also viel viel besser geht es nicht. Wir haben eine super schön geflammte Decke. Die Masserung geht komplett durch. Sieht aus jedem Winkel richtig richtig schön aus. Gewicht ist gerade richtig, nicht zu leicht, nicht zu schwer. Das ist genau Gewicht und alle Specs werden wir auf jeden Fall noch auf unserer Seite stellen. Die Gitarre geht natürlich auch mit Originalbildern online. Das heißt, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, besucht uns einfach auf www.gitterplace.de und natürlich auch gerne auf unseren anderen sozialen Plattformen wie Facebook und Instagram. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 .